hey leute herzlich willkommen zu einem weiteren video vielen vielen dank für den geilen support bei den letzten videos wenn dieses video 100 likes bekommt kommt ein weiteres video zum thema range chart und ich zeige euch range chart trading setups und wie man das ganze für sich nutzen kann also bitte liken das wäre super geil dann weiß ich dass euch der content gefällt und dass mehr range chart videos kommen sollen kommen wir direkt zum topic range chart versus zeitbasierten charts auf der linken seite haben wir wie ihr hier seht haben wir einen 1 minuten chart ja das heißt dass sie ist eine minute ich kann jetzt nicht darauf zeichnen weil ich das gerade unsere top ab also das ist eine minute und das sie essen achter range chart was ist ein range ein range chart ist ein bewegungs basierter chart das heißt nach bewegung x egal in welche richtung von einem startpunkt aus drei part x nach oben ergibt dieses das ist unsere range dann gibt es eine neue candle beziehungsweise dann startet eine neue rotation es gibt auch ein range x chart den gibt es nicht bei ninja trader den gibt es aber bei anderen trading plattformen zum beispiel da ist dann quasi hier der start und wir müssen von dieser position zum beispiel acht nach oben oder acht nach unten und dann gibt es erst eine neue kennel das heißt dann ist nicht nach exakt achter range nur neue kennel sondern nachdem wir von dem letzten punkt vom startpunkt oder immer nur vom anfangspunkt dass wir davon quasi immer eine neue kerze bilden wir nehmen jetzt den normalen achter range chart bedeutet dass wir nach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 preislevel also nach wenn das neunte gebildet wird dann bekommen wir eine kerze das heißt immer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 preislevel insgesagt auch wenn es achter range chart heißt nur dass ihr bescheid bis erst auf den neunten level wird eine neue kerze gebildet und jetzt will ich euch mal die unterschiede zwischen zeitbasierten charts und range charts erklären fangen wir mal an mit dem zeitbasierten chart ihr seht immer die markierung die ich jetzt hier habe ich stelle mal eben always on top um das ist doch ein bisschen nervig zum zeichnen also ihr seht hier oben zeichentool möchtest du hier drin zeichnen nein möchte es nicht schade möchte nur hier zeichnen dann geht das nicht dann machen wir das so also ihr seht hier oben meine maus ist diese markierung ist dieselbe markierung wie wir die gerade hier haben also das sind immer exakt dieselben stellen alles ist gleich außer dass wir hier auf der linken seite zeitbasierten chart haben und auf der rechten seite haben wir einen range basierten chart da mache ich mir eben wieder das an dass wir schön on top bleiben okay und jetzt ist die frage was ist der unterschied was ist besser was ist schlechter erst mal wir sehen aufwärtsbewegung aufwärtsbewegung wir drehen was fällt schon mal direkt auf range chart ist ja nicht zeit ab ist nicht zeitabhängig das heißt wir wissen gar nicht wie lange wir hier oben sind das heißt wir müssen uns rein theoretisch anzeigen lassen wie lange es dauert bis eine neue kerze gebildet wurde damit wir überhaupt wissen war das jetzt sehr dynamisch oder hat das sehr lange gedauert hat der markt sich wohl lange aufgehalten oder nicht das heißt wir brauchen schon mal eine information mehr die wir uns eigentlich hier unten anzeigen lassen müssen dann sehen wir direkt hier sind wir dreimal quasi am top bis es kein neues hoch gab und dann ist der markt gedreht und wir haben noch ein paar mehr informationen wir sehen wir haben hier eine starke volumenbildung die haben wir hier auch aber von dieser starken volumenbewegung dreht der markt direkt hier sehen wir wenn wir eine starke volumenbewegung in der nächsten kerze haben wir low volume und der markt bewegt sich weg das heißt hier kennen wir zum beispiel den change von high to low volume wir sehen dass der markt dynamik aufnimmt dass der bereiche oben der interessant war weniger interessant ist dass das zum beispiel ein großer vorteil bei zeitbasierten charts wenn man sich ein paar sekunden länger man einer area aufhält und nicht nach einer kerze direkt dreht das ist dann das gleiche beim range hat auch das problem sehen wir hier deutlicher kaufinteresse absorption stops also was und dann auch die reaktion kurze zeit später darauf meistens mit der neuen rotation das ganze haben wir hier nicht hier passiert alles in einer kerze weil wir halt in dieser acht range regel drin das heißt hier habt ihr optisch mehr kerzen mehr informationen habt rein theoretisch mehr zeit in anführungszeichen obwohl es natürlich zeitlich beides gleich ist um setups zu erkennen und setups sind dadurch deutlicher weil wir einfach drei mal keine kerze keine neue kerze haben wenn wir den vweb anlaufen das heißt setups zu erkennen ist ein teilweise deutlicher im minutenschart weil die sauberer angelaufen werden wenn wir das nächste beispiel jetzt nehmen schauen wir uns mal hier das tief an wir haben das tief und wir drehen was haben wir hier wir haben das tief und wir drehen das heißt hier haben wir so eine art vwebrust hier haben wir jetzt eine kerze mit zwei mal neun boden der sich gebildet hat einstiegspunkt wir merken uns mal hier die 120 das ist bei 44 11 44 11 wäre da das heißt da ist meine markierung das heißt wie würden wir jetzt hier reingehen wenn wir jetzt hier reingehen wollen würden auch in dem trade davor reingehen wie würden wir da executed werden wonach würden wir reingehen bei einem range chart ist es extrem unklug rein zu gehen bevor die kerze geschlossen hast das heißt das basiert eher auf schlusskurs trading das bedeutet wenn wir das setup train wollen müssten wir hier reingehen oder hier reingehen ihr seht schon gehen wir da oben rein die kerze schließt quasi das heißt wir gehen da rein stop liegt hier unten werden immer 18 bis 10 tics stop gehen wir hier rein ist unser stop trotzdem hier unten muss er da liegen wir könnten vielleicht hierhin packen aber es immer noch ein relativ großer stop in anführungszeichen und wir müssen halt auf kerzen schluss warten da man nicht genau weiß war eine kerze schließt klar man kann sich mit alert immer anzeigen lassen soll jetzt ist eine neue kerze angefangen aber man weiß es ja nicht hier wissen wir zeitlich gesehen genau wann eine neue kerze anfängt und hier haben wir auch wieder high to low wollen wir sehen hier unten den starken kampf das volumen geht raus aus dem markt der markt baut dynamik auf das heißt hier hätten wir vielleicht bei der 41 50 das ist der bereich hier unten wenn wir ein bisschen schnell gewesen wären reinkommen können wo wir in einem range hat niemals reingehen würden das heißt wir würden hier oben reingehen weil hier kann auch alles passieren laut range hat das setup wäre aber komplett auf minuten chart das heißt der einstieg wäre deutlich besser das gleiche haben wir hier oben wir würden ja niemals in den bereich oben einfach reingehen wenn wir keine bestätigung vielleicht würden wir hier reingehen wenn er anfängt runter zu laufen was nicht clever wäre das heißt schlusskurs abwarten ist besser das heißt hier der entry hier der stop auf minuten basis könnten wir locker bei der 13 50 reingehen was hier in dem bereich war aber hier schon eine bestätigung dafür haben dass der markt wirklich abprallt und dass wir ein high to low volume change zum beispiel haben das momentum entsteht dass die dass die käufer aufgegeben haben in dem fall das erkennt man den zeitbasierten charts dadurch dass man mehr anlaufpunkte hat und die wechsel deutlicher sieht deutlich deutlich besser gehen wir mal ein stück weiter zu dem dritten beispiel warte ich mach das mal ein bisschen größer das war das erste zweite das war jetzt das dritte schauen wir uns mal das dritte beispiel an das ist das hier unten ist das richtig 16 50 nein das ist falsch das ist das ja das ist es sehr gut schauen wir uns das nächste beispiel an hier sehen wir zum beispiel starke abwärtsbewegung markt dreht sieht immer ganz aus man kann sagen kann ja nach der ersten grünen kerze reingemacht so was nicht ihr braucht vernünftige bestätigung aber angenommen wir nehmen mal das beispiel wir gehen nach der ersten kerze rein wir würden hier reingehen das wäre so um die 13 00 13 00 wäre in dem fall ungefähr hier und wir sehen hier schon low volume angefangen markt hat schon momentum aufgebaut das wäre wieder entweder wenn wir hier in das momentum rein oder wir werden in den pullback rein das heißt wir haben schon mal zwei kerzen mehr zeit wo das ganze passieren wird im vergleich zu hier das heißt optisch gesehen gehen wir hier im minuten chart sogar ein stück später rein jetzt in dem fall und hätten dadurch den besseren entry und den besseren stopp weil wenn wir in den bereich hier reingehen würden wird der stopp hier liegen gehen wir hier rein wird der stopp auch nur knapp hier drunter liegen weil wir den nach zeitbasierten chart ein zwei tics unter unserem pok nachdem die kerze hier geöffnet hat und hier oben dann schließt wäre das total okay gewesen hier wiederum wären wir absolut in dieser area drin ist hat viel erst mal hätte das länger gedauert bis bis wir überhaupt war uns hier wieder bewegt hätten das heißt die kerze ja zwei minuten gedauert vielleicht sogar drei wo wir hier deutlich angenehmeren entry gehabt hätten gehen wir weiter zum nächsten beispiel dass ihr mal so ein paar unterschiede sieht das ist zum beispiel auch ganz interessant das kommen wir mal ein stück runter wir sehen es sieht optisch sieht es immer toll aus wenn wir kommen runter wir laufen auf den pullback und wir prallen ab laufen hoch runter auf den pullback prallen ab hier sieht man jetzt zum beispiel dadurch dass das range basiert ist dass die beiden kerzen das alles ungefähr 1 also hier ist das ungefähr 1 lichter zusammen als hier weil das volumen hier mehr addiert ist und die neue kerze ist eher eine kerze die hier die dann hier gewesen wäre auf minute und dann geht's los das heißt hier haben wir das ganze wieder entzerrt wir haben das was hier bei zwei ist erst über drei vier kerzen verteilt und man sieht deutlich hat die in antesten des tiefs man sieht die exhaustion und man sieht wieder das low volume dass der markt anläuft hier erkennt man gar nicht so gut die dynamiken sieht hier das hier sieht viel mehr nach low volume aus als das hier im verhältnis was man in so einer range kerze gar nicht sieht das heißt in den kerzen in dem footprint selber die low to high volume bereiche sind deutlich schwieriger zu sehen absorption exorption bereiche sind teilweise schwieriger zu sehen und ist das problem man muss zeitig reinkommen das beziehungsweise man muss mit kerzenschluss reinkommen man weiß nicht wann kerzenschluss das heißt man muss die ganze zeit sich darauf fokussieren oder ein alert haben und dann sofort reingehen und sich ganz schnell entscheiden bei zeitbasierten charts wissen wir wann eine kerze schließt wann wir reingehen wollen können auch in der bewegung der kerze reingehen was ich bei range basierten charts ganz stark nicht empfehlen würde na gehen wir mal weiter was haben wir noch das top hier zum beispiel das ist auch sehr interessant weil ihr seht wie viele beispiele wir hintereinander haben es gibt tausende beispiele zum erklären dass ihr mal versteht was der unterschied zwischen range und tick chart ist was gut ist was nicht gut ist wir sehen hier zum beispiel das top schaut euch das top mal an ihr seht es gleich die obersten paar tics aber dann hier sind wir extrem negativ hier sind wir extrem positiv und dann dreht der markt hier oben einfach reinzugehen wenn die kerze hier schließt stoppe hin wir haben wieder unsere fast zehn tics top würde ich das machen ich weiß es nicht klar hier haben wir jetzt die imbalancen die mal dafür sprechen hier haben wir wiederum die imbalancen die triple stack wo ich sagen würde will ich hier reingehen durch die triple stack handeln ich würde es vielleicht nicht machen aber was haben wir dann wir sehen wir haben wir haben im balance filling und dann läuft der markt an mit einem kleinen mini absorption es kommen verkäufer rein der marktballer drunter das heißt hier würden wir reingehen es kommt die abwärtsbewegung das wäre quasi das hier im range chart wenn wir uns entscheiden wir gehen reingehen wir hier rein unser stopp ist hier oben wir haben zehn tics top hier würden wir hier reingehen stopp wird hier liegen wir drei vier tics top und würden im rücklauf wieder einfach rausgehen hätten im plus trade und könnten danach vielleicht sogar noch einen weiteren trade machen das heißt wenn wir wenn wir diesen retest haben wir sehen hier schön im retest die exhaustion wir sehen überall die schönen imbalancen am top die wir teilweise natürlich auf dem range chart sehen aber wir sehen dass der markt jetzt absorbiert wird wird gehalten das gleiche sehen wir hier auch aber wenn wir hier reingehen muss der stopp da oben das heißt wir kommen teurer rein genauso wenn wir in dieser rotation hier reingehen wollen wir gehen hier unten rein oder wir gehen hier rein stopp liegt da das heißt immer die größeren stops ihr könnt euren stopp nicht hier hinlegen weil es nicht clever ist mittig in range hat seine seine stopp sind natürlich könnt ihr hier reingehen könnt den stopp hier hinlegen aber wenn ihr eine vernünftige trefferquote haben ist es besser dass er da oben liegt das heißt ihr habt tendenziell immer höhere stops was man bei den zeitbasierten charts wo wir während der kerzenbildung reingehen meiner meinung hat das ganze deutlich besser teilen kann jetzt habe ich hier noch mal das tief rausgesucht das ist das ihr seht hier haben wir wieder zwei kerzen der markt kommt runter der markt dreht wir haben eine schöne unterteilung zwischen den aggressiven verkaufs move zu der exhaustion und zu den käufern die reinkommen die den markt drehen das ganze haben wir hier nicht hier würden wir das ganze erst in dem oberen bereich sind und werden quasi hier wieder drin selbst wenn wir in der kerze reingehen würden wenn wir irgendwo hier oben drin wo man hier unten schon deutlich eher sich reinklicken kann das heißt hier würden wir spätestens bei 15 sehen wir wollen rein dann werden wir ein tick weiter oben oder zwei vielleicht drin wenn wir hier exekutet werden kommen wir hier rein das heißt wenn wieder ein paar tics gespart das hier wäre das hochrisiko stopp level das wäre das vernünftige level wenn wir hier auf zeit basierter art gucken dass wir wenn wir hier reinkommen der markt ist hier oben ist das direkt ein gutes stopp level das heißt wir haben viel kleineren stopp können stopp viel aggressiver nachziehen hier könnten wir den stopp das erste mal hier nachziehen hier nachziehen was deutlich deutlich späteres stopp management ist plus unser initial stopp wäre respektive doppelt so groß das heißt unterschiede zwischen range und tic charts sind für alle die das interessiert und damit trainen wollen range charts ist eher gedacht für abwarten kerze schließt dann reingehen auf zeitbasierten charts könnt ihr dynamischer reingehen ihr habt optisch oft mehrere kerzen an punkten das heißt es fällt teilweise leichter sachen zu erkennen und ihr kennt gut den zusammenhang zwischen high und low volume dynamiken imbalenzen gehen nicht unter natürlich seht ihr auch imbalenzen auf dem range hat aber oft fehlen imbalenzen auf dem range hat dies dann wiederum auf den zeit basierten charts gibt gerade bei einer bewegung die noch mal gere testet wird wo man dann die imbalenzen zum beispiel support benutzen kann das ganze fehlt auf den range charts oft weil das alles in einer kerze passiert das heißt die verschwinden dann imbalenzen ihr seht das nicht dass es das retest gab es war nur ganz kurz einmal da wo es auf einer zeit basierten auf dem zeit basierten chart dann deutlich länger ist nur sowas hier zum beispiel es kann sein dass man das hier das hatten wir gerade das haben wir gar nicht auf dem range chart das heißt die abpraller hier zum beispiel die wir jetzt auf dem range hat sehen kann man vielleicht mal nicht sehen das heißt gibt mal gibt es die auf minute mal gibt es die auf range aber auf minute habt ihr respektive mehr das heißt hier gab es jetzt mal einen so eine zone die interessant ist die kann es aber wenn er hier ein bisschen rauf und runter läuft einfach was wir dann in zwei drei kerzen vielleicht auf minuten chart haben hätten im range hat vielleicht nicht haben das jetzt mal ein beispiel wo man das ganze sieht aber es gibt auch genug beispiel wo man das nicht sieht also merkt euch range hat sind immer die teureren einstiege ihr kommt immer schlechter rein ihr wisst nicht wann die kerze schließt das heißt ihr müsst mit alerts arbeiten nicht und bei minuten charts habt ihr die setups teilweise optisch besser so was hier oben das ist ein schöner schiff das sieht man mal ganz gut auf range hat aber ihr kommt erst hier unten rein beim minuten chart sieht man vielleicht oben schon in entry deutlich besser und das ist das was ich immer meine mit ihr dürft dem markt nicht hinterher laufen es wird sonst alles zu teuer wenn ihr hier reingeht euer stopp ist da der markt speikt in der nächsten kerze hoch ist der ausstopper teuer natürlich sieht jetzt der trade super aus die bewegung ist super aber das kann man ja nicht verallgemeinert für sein ganzes trading das heißt wenn ihr reinkommt ihr werdet da oben raus gestoppt ist teuer gehe ich hier rein und habe mein stopp hier weil ich ihn einfach so ein gleiches level hier oben gehe aber hier rein habe ich nun die hälfte vom stopp oder teilweise ein drittel vom stopp was natürlich der viel viel bessere stopp ist das war es eigentlich das ist so groß der unterschied was man beachten muss zwischen footprint minuten chart und range chart ich hoffe das video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten video macht's gut leute ciao ciao ciao